Wird das Bild jetzt klarer? Sie hatten einen Agenten vor Ort und 47 hat ihn getötet? Wir haben den Mord gefilmt. Dadurch waren wir wieder an 47 dran und konnten ihn schließlich neutralisieren. Sie haben ihn erwischt? Wir haben Ihren Mythos nicht nur erwischt, haben ihn getötet. Gibt es dafür Beweise? Ich werde Ihnen eindeutige Beweise vorlegen. Aber wie? Wir hatten damals einen Kleinkriminellen in einem Zeugenschutzprogramm. Er wurde rund um die Uhr von einigen unserer besten Leute bewacht. Das hat 47 aber nicht abgehalten, ihn zu besuchen. Sie töteten ihn? Holen Sie den Wagen. Jack, wir sind noch nicht fertig. Sie können mich doch jetzt nicht einfach... Nehmen Sie den Ordner. Wir reden unterwegs. Wo fahren wir hin? Zu Ihrem Beweis. Untertitelung des ZDF für's wilden SPA- зах sú Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, ich glaube, das gehört Ihnen nicht. Das hört sich nicht gut an. Frische Donuts, ist das cool. Unter uns, eigentlich sind wir vom FBI. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020